Das Thunder 450W ist ein neues Windows Phone von Casam, das hier in einer sehr grellen Farbe zum Ausprobieren bereit liegt. Sieht von vorne ein bisschen aus wie HTC, von hinten ein bisschen wie Lumia, fühlt sich allerdings nicht ganz so hochwertig an wie die Nokia bzw. jetzt Microsoft-Geräte. Das Display hat eine Diagonale von 5 Zoll, 27P, schaut nicht übel aus, allerdings vielleicht ein bisschen dunkler. Die Kamera fotografiert mit 8 Megapixel, Frontkamera 2 Megapixel, Windows Phone 8.1. Es ist sehr stark davon auszugehen, dass auch ein Update auf Windows 10 nachfolgen wird. Während diese Version mit Dual-SIM-Karten-Slot ausgestattet ist, gibt es noch eine Single-SIM-Version, die dafür 4G unterstützt und auch insgesamt ein gepflegteres und hochwertigeres Äußeres hat. Das sieht man an der Metallrückseite, die Verarbeitung kommt gleich viel besser rüber. Und auch die Kamera ist anders positioniert, als es bei der Dual-SIM-Variante der Fall ist.